Essence, Seed-Stand, baust du halt praktisch wirklich nur die Essenz an. Okay, aber das kann auch nur hier in dem Gras entstehen oder bei jedem Gras theoretisch noch? Ganz normales Gras hier halt. Auch bei uns, da ist er schon drin, ja? Weil das erst generiert quasi, wenn es abgebaut wird, ne? Schätze ich mal. Ist ja einfach nur ein Drop. Okay. Drop. 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 Drop the button. Du du du. Aua. Oder so ähnlich. Aua. Aua. Aber geht's euch noch gut? Von allen Seiten hier. Ja mei. Ist ja noch gut mit euch hier. Von allen Seiten schon wieder. Ja. Die hassen mich. Du sollst dich doch nicht auf sowas einlassen. Boah, reicht das? Moa Suppe. Ich habe jetzt gleich vier Stacks von dem Zeug. Was ist das? 21 brauchen wir ja für die Diamanten. Hm, um die 20. Aber wir müssen dann auch noch die Stufen davor machen, ja. Okay, das hätten wir. Was haben wir denn hier noch Schönes? Was? Kann ich dir nicht sagen. Hm. Gold, Gold or Berry Bash. Nimm mit. Ich höre dann irgendwo ein Skelett hier. Ich weiß noch nicht was ist. Ach, da kommt's ja. Uh, uh, uh. Ja, schieß mal schön auf den Zombie. Ich bin ein Spinnenspawner. Ich bin ein Spinnenspawner. Und noch einer. Sehr schön. Äh, wie komme ich ihn da jetzt am doofsten hin? Ohne Qualvolle in der Lava zu ersaufen. Vielleicht von hier. Das kann ich hier jetzt noch wegschmeißen. Was ist da? Ach, hör auf. Du musst schießen, ey. Du blödes Viech. Mein Schwert ist kaputt. Ich kann jetzt nicht kaputt gehen. Ich will jetzt gar nicht wissen, was du vergessen hast drauf zu machen. Nee, es ist nicht. Es ist nun broken. Ja, genau. Dann sag doch nicht kaputt. Dann sag broken. Aber das Problem ist, ohne Schwert hier Dings abbauen ist Mist. Ja, also ne, also. Ja, meine Freunde, wenn die Hülle gleich fertig ist, dann gehe ich wieder rauf. Ich glaube, unser Dach ist nicht ausgeleuchtet. Warum auch? Da oben ist doch keiner von uns. Ähm. Ja, aber Zombies die Veränder... äh, Zombies... Skelette, die verändern, dass ich schlafe. Geh hoch und töte sie. Kriegst du vielleicht noch ein bisschen Knochenmehl. Das ist ja eine Laufpacke, mei. Kann man immer gebrauchen. Oh, da unten ist Lava. Das Grünzeug lasse ich mal da liegen, das ist mir zu gefährlich an der Lava. Boom! Ah, ich bin weggeflogen, haha. Oh, das Geld hinter mir. Also, was ist denn hier los, ey? Oh, noch ein Creeper. Yay! Ich bin größer als ihr. Oh, ich bin in der Höhle höher. Stirb! Stirb! Hier habe ich schon 24 Erfahrungspunkte, äh, Level. Hallo? Nein, Zombies. Kommt nicht ins Haus. Welche denn? Hier war doch irgendwo... Müsste doch hier... Müsste doch hier ein bisschen Eisen sein, oder? Ich habe einen Sporner gefunden. Einen Sporner. Ein Sporner? Einen Sporner. Ich gucke gleich nach, was es ist, wenn ich, äh... ...wenn ich hier noch was früheres Zeug gebraucht habe. So viel Zeit muss sein. Das hört sich immer an wie ein Skelettsporner. Ja, das ist ein Skelettsporner. So, dann machen wir uns halt eben schnell ein Schwert hier unten, ne? Boah, stirb einfach. Komm her. So. Skelettsporner. Braucht man sowas? So, einmal Ofen. Tin, Schaltplatte, Zinn, Kupfer, das ist ja alles. Hier brauche ich nicht. Iridium Ore, brauchen wir das? Iron Scarp. Das brauchen wir auf jeden Fall. Iridium Ore, Ore? Ja, das findest du... Das findest du nur in Kisten, oder wenn du mit Yu Yu Metatis später herstellst. Ah, dafür brauchen wir entsprechend auch erstmal ein Iridium. Okay, hab's dir. Ich nehm's mal mit. Warum ist jetzt eigentlich nur eine Kiste? Was ist das für ein scheiß Sporner? Ja. Wiesig auch nett. Lalalalalala. Äh. So. 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 Ich glaub ich komm mal zurück, ich hab jetzt sehr viele von diesen Stacks voll schon. So, sechs oder so. Oder fünf, hab keine Ahnung mehr. Ah, es geht relativ schnell, es gibt's ja sehr. Uh, uh, uh. Nicht sterben, nicht sterben hier unten. Nicht sterben hier unten, ne? Andere Frage, wie kommen wir jetzt überhaupt wieder rauf? Erstmal hochfliegen mit dem Jetpack und gucken wo man landet. Nein! Oh place. Oh mein Jetpack ist recht leer, ich sollte ein bisschen aufpassen. So, machen wir mal so ein bisschen Licht hier, wo wir jetzt grad sind. Okay. So haben wir auch noch Zombies im Maus, wir hatten da wieder die Türen offen gelassen. Ich bin nicht da. Ich bin auch nicht da. Marvin? Ist so. Place selber. Schuld. Wurde ich einen Zummin mit der Hand kloppen, ne? Hast kein Schwert? Hast kein Schwert? Nein, hab ich nicht. Das ist nur genug, ey. Ist doch ein Zayakt und ein Schwert. Hat der Kenner die Basics beigebracht? Ah, ihr seid ja quasi hier. Wir sind Klassenclowns. Ihr seid ja hier in der gleichen Dimension. Ja, das heißt du kannst gar nicht schlafen. Nur mal Löcher beim Haus. Auch mir ist das wurscht, ne, wenn hier die Creeper reinkommen. Du würdest alles kaputt machen, Blaze. Alles in die Luft jagen. Vielleicht ist das nicht der Spot hier. Habe ich kein Problem mit. Denk auch immer an uns. Ja, wenn ihr die Tür nicht zu macht. Marvin, nächstes Mal machst du die Tür zu, ne? Ist ja kein Zustand mehr hier jetzt. Also ich bin schon seit 30 Minuten nicht mehr da. Jetzt seid ihr bestimmt schon einmal rein und raus gegangen. Na toll, jetzt kommt hier dieses scheiß dreckige Wasser runter. Ja, komm halt her und schlaf erstmal. Ne, ich geh jetzt wieder runter. Schlimm, ey. Mach mein Zeug wieder. Ja. Ganz dringend. Ich bin genau unter so ein Dreckwasser rausgekommen. Scheiße ist das doch. Habe ich bitte nichts zu essen mitgenommen. Diese Essensarmut kotzt mich an. So, mein Jetpack ist jetzt leer. Ja. So, wie komme ich jetzt zu meiner Leiche? Wenns mal lieber hier. Da ist die Kiste, okay. Hier auch nicht. Oh, bin ich da lang gegangen. Ach du Schinde. Ist alles dunkel hier. Hier auch irgendwie. Mach doch mal Tag, Jungs. Ja, er ist hier wieder weggerannt. Ja, er ist hier wieder weggerannt. Ach du Schinde. Da wird doch schon so schon wieder hell, oder? Nichts wissen. Ich werde gleich nochmal sterben. Geht's hier nicht weiter, oder was? Hier geht's nicht weiter. Ist das ein Mist. Wie soll ich da wieder hinfinden, ne? Moment, hier ist Licht. Und das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Da oben ist die Schleiminsel. Da oben ist die Schleiminsel. Man kloppe den Grabstein mit der Hand. Okay. Und hoffe, dass kein Monster kommt. Doch, es kommt eins. Und das ist nicht grad wenig. Äh, Schwert, Schwert, Schwert. Das habe ich natürlich nicht mitgenommen. Oder aufgehoben. Das ist gleich der nächste Tod, ne? Das ist so. Ja klar. Drei Zombies. Drei Zombies. Drei Zombies. Drei Zombies. Drei Zombies. Ey, heftig. Ich habe Kannan- 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 Lola- Siegst. Nein, ich mach das geist. Ist nicht das, was wir brauchen, ne? Was hast du? Kannan- 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 Cannabis. Kannan- Lola? Ne. Das ist nicht ganz, was wir brauchen. Was brauchen wir denn? Essenz- Seeds oder was? Wie hoch ist die Drop-Chance? Geht so. Also ich habe eben schon einen gekriegt. Warum baue ich die überhaupt noch ab? Ist doch egal. Dann haben wir doch schon genug. Ah, Mensch. Ach, der Weg zurück ist so weit. Mann, 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 Mann. War so gut im Discounter, ne? Und jetzt? Kreisendreck. Heißt, macht eigentlich einer einen Discounter? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Doch, ich glaube, irgendwer macht das schon. Ich hoffe es doch. Das wäre jetzt in der Aufnahme schon zweimal, zwei mehr geworden. Das ist schon mal gut. Finde ich, finde ich. Schon mal gut. Gar nicht gut. Ich finde es hervorragend. Jaja. Schon gut. Kannst du merken. Ganz ruhig. Der Marvin gefällt mir. Erstmal ein bisschen Essen machen, weil das ist ja grausam, ne? Mach das. Mach das. Mach mal eben. Och, sag mal, was ist denn da heute los, ne? Mach mal, mach mal Wetter. Der Bale cheatet das Wetter. Und dann gleich zweimal, damit das gleich zweimal verändert hat. Und dann gleich wieder im Regen geändert, oder was? Aber mach mal. Ist halt einfach, weil da akzeptiert sind. Also, ich kriege keines nicht so raus, wie du da, also... Das hohe Gras oder das normale Gras? Kannst du mal hier fahrst? Wie du auch normale Sahne rauskommst? Warte, ich hab's schon so viel umgekloppt, ja? Meine Ausbeute bis jetzt. 22 Seeds und 6 Canola Seeds. Hast du wohl Pech gehabt? Haben wir noch irgendwo Essen? Haben wir nebenbei gefragt? Ich hab neun Steaks dabei. Ich hab nur noch eins. Ey, kaum mach ich mir Essen, ne? Klauen sie es mir wieder, oder fragen sie es. Anstatt, dass sie sich selbst nur am Essen kümmern, ne? Ich bin nur am Essen herstellen, ne? Und die fressen es weg. Hallo, ich hab mir das selber hergestellt. Ja, ja. Was hab ich da für Seeds? Essence Seeds! Ich hab gleich aus dem Rücken geschnitten. Ich hab jetzt Zombie Brains. Oh, nochmal. Yay. Nochmal. Jetzt läuft's aber. Auf zu meinem Todespunkt. Talali, talala. Als ob ich nix besseres zu tun hätte, ne? Bei mir sehen die Leute, wie ich Gras umhau, also. Alles für die Wissenschaft. Naja. Alles für den Daxo. Alles für den Club, oder wie? Ja, ja, genau. Sehen wir da zu Hause schon wieder. Ich bin gleich da. Ach ja. Auf Neues. Ach, erstmal schönes Schweinsschnitzel reinziehen. Dann haben wir mal drei Stunden mit der Hand auf den Grabstein. Ich hab noch eine Spitzsacke mit. Ein bisschen weg. Hi. Hi. Hast du den einen Seed noch für mich? Oder den kriegst du das? Den hab ich in irgendeine Kiste mit Samen. Wenn, dann gehört er hier rein. Oh, ne. Einen weiter, glaub ich. Ah, da ist er ja. Okay. Ich hab jede Menge Ärzte dabei. Ich glaub die mal hier in die Kiste. Ne, warte mal. Warum muss ich in den Hopper müssen hier rein, ne? Ach, der ist eh aus, ne? Ähm, ne. Ne, läuft nicht. Ach, klar. So.